Nivea Splash Art Rework find ich auch mal geil ja 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 neue Folge Arim ja 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 Folge 100 wir kommen ne Staffelfinale Very soon on this channel Only on this channel Only for this channel Subscribe now to enjoy You will see some bullshit Very good shit, very good place MLG Subscribe Rino And you guys can see some salt Ja salt incoming Ja salt gibt es bei uns auch Ja auch unter anderem auch von mir also Ja Ist ja nicht so dass Steven nur also Steven allein salt dass er nur saltet Ja danke Ich sag jetzt mal aus Prinzip Aus Prinzip Ja Scumbags Sagt der der Timo spielt Kappa Allesamt Jetzt macht er hier nen Rundumschlag, wa? Ja Wer ich? Nee, Steven Das war nö Samt Kick Ja Kann er gern versuchen Kann er einen versuchen Kann er einen versuchen Ja Ja nach ein paar erfolglosen Runden jetzt Versuchen wir es hier also nochmal Ich möchte jetzt mal deeskalierend wirken Merkt er das? Ja fryhard Ja fryhard Na und? Wat? Wat? Hey? Gewitter? Soll es bekanntlich wieder gehen Bei Hitze Ja ist mega assi eh Was ist das Gewitter? Ja das ist das Wetter wieder das es wärmer wird und wenn Gewitter kommt ist geil Dann blüht es sich nämlich ab Genau Und dann können wir wieder entspannen Nicht mehr schwitzen Ja ich weiß das sollte viel alle nicht hören aber PECH Schlitten Ja Weil was viele gar nicht wissen Dennis schwitzt grad Mega hat aber kein T-Shirt an Wat? Das ist so Das ist so ja Ja ok Es ist so wie es ist Es ist so wie es ist Genau Ja es ist so wie es ist Deal with it Als werdet ihr nun hin äh um rum nackt mal gewesen Iiii Dennis zeigt nackter Haut Ja Da kann ich ja nicht fehlen Ich war ja noch so halt ich war noch gar nicht fertig ne Also Ja genau nippel weil äh es streamt ja auch gerade das wissen viele gar nicht Hahaha Das ist ja der Punkt da dran Wat? Ja du hast den Knopf gedrückt merkst du nicht ne Ne Was glatt Niiiice Niiiice Ja was ist da Weiß nix Ja Da war ne Bombe Ok So Ok Ja hab ich selber nicht gesehen Ich hab mich selber gerade gewundert wer da getinkt hat Ob es der Nivir war oder du Ne ich weiß nicht Ja Nivir also Ja Nivir also Nein Season Was geht mal das? Sicher? Nein Das sagt er jetzt nur so Das sagt er jetzt nur so Nicht provozieren das würde gleich wieder so alt Ist das nicht sowieso schon? Oh na Dennis ey Unfassbar Weißt du Ich versuch hier deeskalieren zu wirken und du haust wieder ein am anderen raus Du machst es mir nicht gerade einfach Weißt du Er versucht das Hemd wieder zu glätten ne und du haust nur Falten rein Ja echt wahr Glatt? Was ist glatt? Ich kenn nur rau Ja ich bin halt ein Arschloch Meine Presse Jetzt weiß es jeder Jetzt ist es raus Ja In Folge 94 ist es dann endlich los Das Outing Das Outing Ha! Und das Obligatorische Ha! Good job Steven Ja very nice Er nimmt es jetzt aber auch nicht mehr an ne Er ist konsequent Muss man sagen Ach ne verschenkte Ulti Kein Ding Ja nimm ruhig da Fick das live da ey Ich würd grad ein bisschen was machen aber ich kann nicht Kein Mana Ja Ganz knappe Sache Und ich bin tot Ey diese Scheißbomben da Hier Ah Wir sind hier nicht bei Taliban Ja Ja genau Du hast das sieben Ey ich bin grad erst wieder gekommen Rot Es kann doch echt nicht wahr sein Kommt doch ein Hit noch Gibt doch hier Meine Fresse Was? In die Fresse? Ja hast doch recht Ja in die Fräse doch In die Fräse An die Fräse In die Haackfräse Genau Das Ding hat doch ne Einen Heken Einen Heken Einen Heken Das ist nicht mal Swagger ist hier ne Ja und er kommt davon Du hast nicht mal Swagger ist Und er kommt davon Das ist nicht wahr ey Ich bin grade drauf beleidigt dass ich mich mit sichtbar machen konnte Ach ja Wie fühlt sich jeder mal Soviel zum Scumbag ne Äh 7 zu 7 Alles cool noch Ja alles drin Alles drin Alles dran Alles drunter Barame Junge Kann ich dich anrollen Kann ich dir sagen Kommst du so stärker zurück Naja Wird dich einfach rein zimmeln So Ja nie hier Du hast zwar wenig machen aber Du bist fast full life Also Ein bisschen mehr Risky hier Ich hasse diese Leblanc Ja die zu drehen Komisch Die Action Jungs Kann ich dir nicht noch Mengen Es bringt einfach mal nichts Wofür ich Alter ich geh rein und niemand folgt mir Ich hasse sowas. Wofür mache ich überhaupt was? Man wird ja sofort geraped. Ich kann auch zugucken. Kein Thema, kriege ich hin. Weißt du, da kommt er direkt durch die Waffe hin. Das Team kann eh nicht viel machen. Er ist halt schwer ohne richtigen Tank vorne. In der Tat. Ja, da steht die Mauer Guru. Bindu-Vogel. Ja, Kackvogel. Kackspaten. Ich leg im Winter kein Futter raus für dich. Sie können aber anders picken. Ja, ich weiß nicht. So. Steht trotzdem drin. Sobald wir sterben, wir auch cool. Und lebt lau, du bitch. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Jedes Mal geht's auf mich und geht's mal. Ich will sich so gut wie mein Schilder funktioniert. Alter, lass das doch mal. Kackvogel. Kackvogel. Ja, das bringt ja jetzt auch nichts mehr. Kackvogel. 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 Kehr! Geht doch. Kack. Sicherheit Aua. Kackvogel. 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 sehr schön geht doch endlich schon zu jetzt mal eine presse noch place machen ja geduld braucht man manchmal aushalten ja aber ich habe das kalt falsches familienmitglied ja normalerweise bin ich ja 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 das stimmt ich muss wohl fieser sein hat's gebracht sehr schön sneaky picky ne da ist keiner sneaky picky like sneaky sneaky ja noch nicht so viel aber das ist eine gute info ja dann lass ich dir die ja wenn ich tot bin dann habe ich bluetooth fertig ja ich habe 2500 gold ich hätte jetzt gerne mal 1000 gold dann habe ich wenigstens schon das riesen schmerz ja ja das kackprobe immer wieder badass war mir ja ja ich mache jetzt die ulti ich mache jetzt die ulti ich mache jetzt die ulti und sterb trotzdem äh ich bin leblanc ja ja normalerweise fokus ist auf mich halt ne ja da hast du mich outplayed sorry weißt du und dann die blaue markieren Dianidia, ey. Gott. Man kann den Unterschied sehen. Manchmal. Ja, ich dachte, sie geht aber zum Heal. Deswegen. Ja, ja. Das machen die meisten. Ja, voll im Lauf, weiß man immer nie. Ja, eben. So, vielleicht hätte ich ihn nicht je lassen sollen. Man habe ich Lebensraub und du nicht. Ach, jetzt habe ich ihn schon wieder genommen. Das hat von uns beiden gesessen. So, Nidia, das ist mein Heal. Jetzt guckst du blöd. Mann, auf der Falsche. Hier bin ich. Nein, ich gehe da jetzt nicht rein. So. Hmm. Hmm. Ich werde unsere Falsche erleuchten. Oh, shit. Oh, shit. Fuck, no. schnauze war das nicht sneaky von mir ehrlich so hallo da bin ich gar nicht vorbereitet alle ruckzuck und ich laufe rein denn es ist dagegen das super brüder absprache keiner sagt was aber jeder versteht es ja so ist das synergy muss das kann ich da sofort eine familie macht mal verraten wie das gut jetzt 9 auch der dix ist eine frage denken ja das fragt mich auch das mit der bombe war echt kurios kann allerdings auch so Er hat's vielleicht erahnt. Ja, vielleicht Standardmuth. Was ist denn da passiert? Ich hab's nicht gesehen. Ähm, wir sehen ihn dann halt direkt eine Bombe einfach hier in den Busch reingeworfen. Mal genau auf 7 drauf. Oh, okay. Ja, dass er in den Busch gesessen hat, hab ich gesehen noch. Ja, es war halt unsichtbar. Er hätte ihn gar nicht sehen können. Und keiner von denen hat ein Item. Auch kein Trank? Mhm, keiner. Der letzte Moment. Ja, gut. Ich würde darauf tippen, das ist halt Standard. Gucken, Timo könnte sich überall verstecken. Ja, ja. Klar. Einfach predikten. Genau. Wäre doch schade, wenn wir jetzt den Puschen so ein bisschen unterbinden, oder? Ich weiß, die haben den Busch. Was? Ich finde es gut, dass die Leblanc fast tot ist. Ja. 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 In der Tat. 5a, okay. 5a, okay. Alles klar, weiß ich nicht. Bitteschön. Bitteschön. Dreckst du Geige. da hat jemand fest das leid nicht sehen können wer auch mama hier kann es ja auch nicht mehr erlauben wasser ich rippe die zelt zurück ok jetzt kommt uns der range die nachzügler die kriegen nicht ja noch aufs maul also da kommt nicht mehr viel wir müssen ja trotzdem nur aufpassen auf den blauen ich wollte gerade rausflächen kann ich doch nicht helfen zu viel auf einem haufen ok das wird schon mehr büßen shit ich hab keinen flash ich hab keinen flash ich hab keinen flash ich hatte keinen flash ja sorry ich war auch ein bisschen zu langsam ja was passiert egal kann mir jemandem mal verraten was der will ich weiß nicht ob man mit team bohren konvenzieren möchte ha bitch racked du leider auch ja aber so musst du den blauen erstmal own ey nur drauf warten bis ihr den einen fehler macht schönen schmeckt gut ich glaube auch uuuuuhhhh uuuuhhhh uuuuuhhhhhh uuuuuhhhhhhhh uuuuhhhhhh uuuuuuuuuhhhh uuuuuhhhhhh uuuuhhhhhh halte durch halte den lurch ja nur andere kennt man ich habe nur wie gesagt mein boomerang geworfen ich wollte eigentlich nur überleben und den kind wollte ich eigentlich gar nicht aber wenn sie doch das ergebnis vom team ich habe mal wieder gewonnen ja genau folge 94 richtig siegen runde ist der sieg ne aber den lasse ich mir jetzt erstmal schmecken darauf ein eis gekühltes leckeres wasser luft wasserluft ja in der luft ist wasserantrick hast du recht dampf oder was das schweift schon wieder total ab hier deswegen beenden wir die folge genau in diesem moment vielen dank zu sehen bis zum nächsten mal haut rein ciao tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020